Ach, da ist ja die Treppe. Wie großzügig. Aber sind hier noch irgendwelche Kisten? Das ist eine Frage, die ich gerne beantwortet hätte. Ich wette, dass es die Treppe, die zu 20. Ebene führt. Ja, aber es ist mal ein bisschen schneller gewesen zu können. Ist ja nicht so, als müsste es... Kämiel! Fünf Schritte Gegner! Und dann auch noch die beiden. Ach, stimmt. Da kann ich ja nicht wieder flüchten, weil Magie scheiße. Ich kann so etwas ganz kleines so nervig sein. Heißt, Ballstelltisch! Hier wird Feuer absch! Das war ein Inferno! Nein, ein großes Inferno! Ich nehme mich schon nicht flüchten, die Last. So. So, komm, sag mir, dass hier oben irgendwo noch eine Kiste steht. Nein, hier steht kein Kästner-Chicken. Ha, 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 ha. Alter! Führe den Zorn meiner Kreissäge. Kreissäge ist jetzt die Antwort für alles. Und nicht 42. Das ist der Sinn des Lebens! Kreissäge! Ja, das ist der Sinn des Lebens! Ja, ja, ja. Okay, dann sind hier wahrscheinlich keine weiteren Kisten mehr. Aber dafür endlos neue Gegner! Ach, kommt schon! Jetzt bin ich doch noch umzingelt! Ernsthaft! Die wollen mich jetzt hier echt natzen! So kann ich die versteinern! Ja, kannst du mal! Ey, Forrest, Tickles hat daraufhin Copyright recht. Er hat zuerst damit angefangen. Und level up for Forrest. Ja, weil er getanzt hat! Wir sind beide auch noch drin. Nein! Nein! Du Fiat! Ah, kommt! Dammit! 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 Alle! Komm! Und test, Mister! Glasruder! Warum baut man auch ein Rudos-Glas! Warum baut man auch ein Rudos-Glas? Und neuer Spruch, Angelus. Das kennen wir aber schon von Rovia. Ja genau! Hau mich erstmal weg! Ja genau! Oh, Kiste, Truhe, Elixier! Oh, kommt schon! Kannst dein Black Hole woanders entpacken, Mister Tischränkchen! Tischränkchen? Ach, Tischchen ist doch viel mehr! Alles Möbel! Und Möbel wollen vermöbeln werden! Ah, bin ich endlich bei der zwanzigsten Ebene! Ich will ja nicht rumnörgeln! Aber ich hab Hunger! Ist das jetzt euer Ernst?! Ohhhhh! Ich kann nicht mal fliehen! Alter! Alter! Flair-Magen-Kämpfen! Das ist doch meine Performance-Scheiße! Even Great Warriors can fight on an anti-Stomach! Das hat doch schon Rowan gesagt und der... Kein weiß wovon er redet! Das ist dieser Magier. Da hinten. Take you down! Take you down! Take you down! Nutzt du's mal! Soll ich's benutzen? Ich kann's grad nicht benutzen. Ich werde hier von allen Seiten niedergemittelt. Ach komm, hier. Also, mit dieser Gruppe um Single zu sein ist echt scheiße! Oh, Alter! Und dann noch auf leerem Magen! Ja, leerer Magen. Wie viele Male habe ich das benutzt? Das ist mir so scheiße. Mal. Preis fragen! Wie komme ich zur Truhe? Einfach runterspringen! Aber nein, Chaos möchte ja nicht. Das wäre zu einfach. Genau, konzentrier dich schön auf die beiden anderen! Ich bin grad'n bisschen verzweifelt! . Da drenne ich doch noch im Kreis! Das ist doch mal schon viel, viel besser schon! Ich will hier doch nun weg! Könnt ihr mal aufhören mich zu verfolgen? Das ist creepy! Das ist die Treppe zur nächsten Ebene, aber da oben ist noch eine Truhe! Eine Truhe! Auf der anderen Seite stehen die anderen, ne? Ey, muss ich jetzt ernsthaft gegen den kämpfen? Lenkt ihn mal ab! Nein, natürlich nicht! Das ist weg, dann kann ich erst fliehen! Das ist so feiße! Ich will mein Flugsystem aus Cilliamen! NELICE! Hilf mir! Lass mich schneller fliehen! Ich bin auch schon wieder halb tot mit allen! Ich bin so einfach nur weg! Ich will nicht mehr! Ja! 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 Ich bin so einfach da! Zu viele Kämpfe! Zu viele Gegner! Zu wenig funktionierendes heiliges Licht! Unverständlich, R akuörlich! Ich bekomme gerade so eine richtige Abneigung gegen diesen Dungeon. In Defoxinion 2 konnte ich ja noch wenigstens ausweichen, die Gegner. Ich hasse random Encounter, ganz ernsthaft. Das sind die schlimmsten Encounter. Ich habe liebe Gegner auf der Map, die da rumlaufen und denen ich dann ausweichen kann. Der Dungeon macht mich fertig. Ich glaube, es ist besser, wenn, sobald ich den Speicherpunkt erreiche, die Aufnahme beende dann für heute. Sonst bin ich hier noch ein Frack. Ich bin hier noch ein Frack. Ich bin hier noch ein Frack. Ich bin hier noch ein Frack gegangen. Wegen diesen Schuhen habe ich das alles auf mich genommen. Wegen diesen Schuhen musste ich leiden. Ich bin hier noch ein Frack. Wegen Schuhen. Mein Hunger wird immer größer. Ja? Ich bin hier noch ein Frack. Was war der Zustand? Doch? Er ist komplett Hassen Wie? T graft.